Willkommen in meinem Bettchen hier bei Solga TV, Deutschlands kleinstem Sender. Und ich bin ja nicht nur der größte Star dieses Senders und der einzige, ich bin auch noch meine eigene Intendantin und meine eigene Chauffeurin. Also Sie sehen, ich bin Senderprofi. Und als solcher möchte ich heute mal ausnahmsweise nicht spotten oder stänkern, sondern ich möchte helfen einem armen, vom Schicksal gebeutelten Fernsehsender in Not. Sie haben es ja mitgekriegt, in Berlin braucht man dringend eine neue Intendantin. Und da ist es natürlich wichtig, dass diese Person sich nahtlos in den Betrieb einfügt. Und darum habe ich aus reiner Nächstenliebe mal eine Stellenanzeige formuliert, mit der da gar nichts mehr schief gehen kann. Ich lese Ihnen die mal vor, ja? Damen, aufgepasst! Wir suchen für einen großen deutschen Sender eine neue Intendantin. Das Geschlecht spielt keine Rolle, Hauptsache weiblich, mit oder ohne Gebärmutter. Um die Vorauswahl zu vereinfachen, bitten wir alle interessierend, Sternchen innen, folgende Testfragen zu beantworten. Frage 1 Sie wollen Ihre Büroetage für 1,4 Millionen Euro neu gestalten. Wie viele Arbeitsplätze in Ihrem Sender müssen Sie streichen, damit der Umbau kostenneutral erfolgen kann? Die richtige Antwort lautet übrigens, 20 Leute feuern. Dann reicht es auch noch für einen goldenen Klodeckel. Frage 2 Ihr Intendantinnen-Dienstwagen, ein Audi, hat 435 PS. Ja, so viele hat er wirklich. Die Frage, mit seinen 435 PS, wie viele Tonnen CO2 darf dieses Fahrzeug als Anhängelast ziehen? Die richtige Antwort lautet übrigens, mir doch egal. Frage 3 Der Nappa-Leder-Massagesessel Ihres Intendantinnen-Dienstwagens knarzt beim Massieren. Bei welcher Abteilung unseres Senders können Sie eine Entschädigung beantragen? Die korrekte Antwort, man muss gar nichts beantragen. Solche Summen nimmt man sich ganz unbürokratisch aus der Kaffeekasse. Frage 4 Fetternwirtschaft wird bei uns im Sender gar nicht gern gesehen. Wir nennen es lieber A. Fetterinnenwirtschaft oder B. Cousinenwirtschaft. Richtige Antwort ist C. Wir nennen es Alltag. Frage 5 Sie feiern bei sich zu Hause eine zünftige Party und bewirten Ihre Gäste mit edler Feinkost. Der Sender erstattet Ihnen als Intendantin natürlich alle Kosten. Wie viel Prozent Trinkgeld steht Ihnen darüber hinaus zu? Die richtige Antwort wäre, da es sich bei der Party um Nachtarbeit handelt, wird ein Aufschlag von 100% fällig. Letzte Frage Ihr Intendantinnen-Gehalt liegt leider bei nur 300.000 Euro im Jahr. Wie hoch müssen unsere Bonuszahlungen an Sie liegen, damit Sie trotzdem ein menschenwürdiges Leben führen können? Die richtige Antwort hier Für 300.000 fange ich gar nicht erst an. Ich will 400.000, Ihr knickrigen Drecksäcke. Soweit unser kleiner Test, liebe BewerberInnen. Wenn Sie alle Fragen richtig beantworten, erhalten Sie automatisch eine Pension von 15.000 Euro im Monat. Viel Glück und alles Gute, auch beruflich. Na, was sagen Sie? Das ist doch mal eine Stellenanzeige mit Hand und Fuß. Und die schenke ich denen. Dafür berechne ich nicht mal die kleinste Gebühr. Falls Sie sich bewerben sollten, vielleicht noch eine kleine Warnung von mir als Fachfrau für Karriere beim Rundfunk. Wenn man es in einem Sender ganz nach oben schafft, dann bedeutet das auch, dass immer irgendwer an deinem Massagesessel sägt. Sehen Sie, ich habe die versprochen, weder gespottet noch gestänkert. Ich war ganz lieb, weil ich zur Zeit einfach glücklich mit meinem Leben bin. Doch, wirklich. Es gibt so viele Gründe, sich zu freuen. Zum Beispiel, dass ich jetzt noch ohne Maske zu Ihnen sprechen kann. Wenn es nach Karl Lauterbach, dem Salzarm und seinem neuen besten Kumpel Marco Buschmann geht, dann werden wir demnächst wahrscheinlich schon eine Maske tragen müssen, wenn wir nur mit jemandem telefonieren. Weil sicher ist sicher. Und dann wird auch im Akkord geimpft. Der vierte Schuss. Der fünfte. Ich habe mir vorsichtshalber schon so einen Tropf gestellt im Internet. So ein fahrbares Gestell, wo man den Beutel dran hängt. Dann können die mir gleich eine Dauerinfusion legen. Ein ganzes Land als Dauerpatient. Ich glaube, das ist der wahre Traum von Dr. Lauterbach. Intensivstation Deutschland. Ich glaube ja langsam eher. Wir entwickeln uns zu Europas größter geschlossenen Abteilung. Aber ich wollte ja nichts Fieses sagen. Ich will lieber glücklich sein. Und das sollten Sie auch. Wissen Sie, wir müssen alle lernen, uns über die kleinen Dinge zu freuen. Denn größer was zu freuen, wird es in nächster Zeit wohl leider nicht mehr geben. So, und jetzt bewerbe ich mich auf die Intendantinnenstelle. Denn bei aller Spötterei, der Job ist ja wie ein Sechser im Lotto, für den man nicht mal ein Los kaufen muss. Denn die Kosten trägt ja netterweise der Zuschauer. Dafür schon mal herzlichen Dank. Und wie immer ein herzliches Gute Nacht, Deutschland.